Ja und willkommen zurück bei Let's Play The Legend of Zelda Phantom Hourglass und ja, weil ihr so toll findet, dass er das letzte Mal dabei war, heute wieder Sir Friendly Light dabei! Dabei, genau, und ähm, ja, wir haben wieder die mächtige Fee am Start Was ist das für eine Grammatik da? Und wieder Sir Friendly Light dabei, ja? Ja, so was hat was... Du Deutsche... Was ist das, was muss ich tun? Das geht nicht, okay, ähm, ich glaube, irgendwo war, glaube ich, was aufgegangen, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nämlich jetzt gerade nicht. Genau, da war was auf, aber ich weiß nicht was, du hast diese Platten aktiviert noch im letzten Part. Ja, deswegen, ja, ähm... Dann geh mal zurück, wahrscheinlich war das da. Ah, vielleicht muss ich irgendwie so den Wasserspiegel wieder senken, oder so. Ja, ich... Ja, ich... Ja, 24 Stunden nicht gespielt. Das ist natürlich sehr schwierig. Seit 24 Stunden dauert. Ja. Ja, 24 Stunden. Das ist eine immense Zeit hier, die verloren gegangen ist einfach. Aber ehrlich, ich hoffe, ihr versteht uns gerade richtig. Können wir mal feilen, oder auch nicht. Hab ich was zur... Wieso bräuchte ich jetzt... Achso, achso, du meinst da oben. Ja, weil, genau, weil da sind die Gratis und so. Das reicht. Komm. Wir nehmen Gratispfeile mit. So. So. Was muss ich jetzt tun? Kann mir das mir irgendjemand sagen, was ich jetzt machen muss? Lauf einfach, bestimmt kommt da gleich eine Tür, oder so. Was muss ich machen? Geh weiter, geh weiter, geh weiter. Ich versteh's. Irgendwie nicht. Ich weiß gerade nicht mehr... Ehrlich, ich weiß gerade nicht mehr, was im letzten Part passiert ist. Ja, wir hatten da so... Schon ein bisschen Fail von mir, oder? Warte mal, wo haben wir denn die Tür aufgemacht? So weiß ich nicht, das sieht man ja so doof. So, ja, deswegen, ja. Ich glaube irgendwie nicht, dass das Wasser irgendwie wieder runter müsste, oder so. Vielleicht auch woanders, um irgendein zu übersehen, oder so. Zock. Und der Wasserspiegel steigt. So. Ähm. Okay. Irgendwo war doch eine Tür. Vielleicht von hier mal den Wasserspiegel senken, von der Position aus. Ach, ja. Du hast die Falle. Oh Gott, du bist, äh, schlau. Keine Ahnung, ich weiß nicht, das ist nur eine Idee. Ach, hier ist die Tür vielleicht runtergegangen, damit wir von da aus das Ding da... Okay, ich versteh's, glaub ich. Äh, ja. Ja, ich glaube, ich glaube, ich... Ah, ja, hier ist weiter. Jetzt können wir nämlich hier weiter, so. Okay, wir haben's, wir haben's hingekriegt. Nur, nur, weil ich da war. Oh mein Gott, so. Du bist ein Niveau voller als in den S.A.P.s, so. Naja. Nur jetzt während der Aufnahme, so sagen wir's so, ne. Okay, ähm. Muss ich da runtergehen, ich schätze, oder? Das ist kein Pfeil. Ey, die haben keine Farbe übrig, ich glaube, voll die haben. Oh nein, ich schon wieder sowas. Oh mein Gott, da ist das Master-Ding. Das heißt, hier kommt der Bosskampf. Oh, ich will nicht. Äh, du brauchst den Hammer und dann musst du ultimativ... Die haben mich alle vor dem Bosskampf gewarnt. Schicksal. Ich würde das vielleicht mal so irgendwie... Ja, dass wir das sehen können, ne. Weiß ja nicht. Komm, ich mach's mal so. Mega! Das hilft, glaub ich, gar nichts. Ach, verdammt. Ich hasse das. Und den letzten. Scheiße! Schabernack. Komm. Komm. Ich mein, ich mein, erscheine. Ich mein, ach komm. Nein! Du musst logisch denken. Du machst das viel zu schnell, da kann ich gar nicht nachdenken. Ich, ich, ich muss nicht logisch denken. Ich muss das einfach irgendwie, bis ich's hingekriegt hab. Och, komm! Nee, lass mich mal eingehalten. So, jetzt! Da, 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 jetzt nur noch der eine da! Das wird nix. Hi! Okay, warte. Nein! Verdammt. Das ist irgendwie auch nix. Scheiße! Ich verarsche mich doch nicht! Ha! Es ist nur noch hier da oben. Ja, Mann! Ich hab's hingekriegt! Viel Zeit war, ne? Okay, wir müssen noch nicht in den Masterraum da, wo der nächste Boss kommt. Ah, da hatten sie wieder Farbe. Da hatten sie. Ja, hier hatten sie wieder Farbe, genau. Ähm. Was soll ich jetzt hier? Laufen. Ich lauf ja schon. Da steht was drauf. Die wahre Form, die den Pfad öffnet, ist hier aufgezeichnet. Oh mein Gott! Müssen wir jetzt auch noch... Oh, ich ahne, schrecklich ist. Ist der zu erzählen? Boi. Oh, drei Schatztruhen. Drei. Aber weißt du, ich bezahl den doch nicht dafür, dass der mir sagt, wie die Schatztruhen dann. Ich bin geizig. Ich find die entweder selber oder, oder, ich find's halt nicht. So, ich glaub, wir müssen da hoch. Ach komm. Das war fail. Ich dachte, ich steh da drauf. Okay, okay, okay. Ähm. Joa. Jetzt liest du. Oh, was ist hier drin? Was ist da drin? Was ist da drin? Die Pfeile? Ich muss mir die Pfeile mal wieder ausrasten. Wo ist das Ding, was ich abschießen muss? Nein, weiter auf. Toll. Tch. Toll. Okay, das hat's gebracht. Warte mal. Rechts unten in der Ecke ist das Teil. Hier unten, meinst du? Ja. Schieß mal. Nein, ich weiß, wie wir das geht. Doch, ich weiß, wo das ist. Ja, ich weiß aber, wie das geht, weil das Teil, aber das Ding, das Ding da, das kann uns weiterhelfen, weißt du? Ist das jetzt richtig? Ich muss nur eben gucken. Ja. Nein! Verdammt. Verdammt. Es stand doch gerade richtig rum, jetzt muss ich das nochmal machen. Ach, ich bin so... Okay, wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ich muss ja nur irgendwie ein bisschen den Part füllen, ne? Also, das war absichtlich. Das hab ich absichtlich gemacht, damit ich ein bisschen, äh, ja. So. Und so. Ah, diese Logik. Ach, jetzt haben wir den Osterspiegel ja wieder angeschaltet. Ich weiß, so. Dam, 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 dam. Oh, das ist fies. Rot und blau. Wenn sie in ihrer wahren Form aufgeleitet sind, wird sich der Pfad öffnen. Toll, jetzt müssen wir uns die Form da unten merken, oder was? Warte, ich muss nochmal das denken. Ich weiß die Form, nur. Du weißt die? Bauer einfach drauf, irgendwann hat man's doch. Ach, Quatsch. Warte, das muss jetzt nochmal anders. Wieso hab ich mich jetzt so umständlich gemacht? Keine Ahnung. Egal. Ich hätte doch einfach noch stehen bleiben können und da ausschießen können. Ach, was soll's. Ähm. Ja. Gemerkt. Merkst du dir die? Okay. Okay, ich verlass mich auf dich. Äh. Sir Frantic Light. Wer? Sir Frantic Light. So, ich nenn dich jetzt nur noch Sir Frantic Light, wie wir am offenen sind. So. Oder Frantic. Wie auch immer du's möchtest. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Okay. Oh, ich hab's vergessen. Da sieht man's sowieso nochmal. Ja, jetzt noch, aber jetzt geht das Wasser ja hoch. Ja, aber ich weiß ja jetzt noch, wie's war. Okay. Ich hätte ein Foto machen sollen. Ein Screenshot. Genau. Wir machen mal eben ein Screenshot davon. Ich weiß, hier oben waren zwei davon. Also links in der Ecke muss blau sein, links oben und links unten und... So, warte, also das hier muss beides rot sein, oder nicht? Da muss rot sein. So, was jetzt? Äh, da muss blau. Ja, da, das sieht die andere jetzt nicht, so. Fuck. Nur der linkobere in der Ecke muss blau sein. Warte, der da muss blau sein? Genau. Und der links unten in der Ecke, das muss rot sein. Das... Muss blau sein und die anderen beiden rot. Scheiße, warte. So. So, und jetzt noch da, diese beiden. Der und der da drunter, blau. Der hier und der, der hier blau? Nein. Nein, der muss rot. Genau, der blau und der da drüber auch blau. Hä? Oh Gott. Nein, so irgendwie nicht. Irgendwas fehlt da noch. Nein, du musst jetzt da... Die beiden mittleren müssen rot. Ach, die hier. Genau. Und der hier muss blau, ne? Genau. Okay, er hat toll gekriegt das Ding jetzt. Keine Ahnung. Okay, ich hab in der Mitte blau. Warte, warte, warte. Ich schaff das. Ich schaff das. Oder auch nicht. Nein, der in der Mitte soll doch... Oh Gott. So. So, der muss noch links in der Ecke. Der links in der Mitte links. Der muss... Nein, der muss blau. Ach so. Oh Gott. Jetzt der links in der Ecke, der muss noch rot. Nein, der hier nicht, oder? Der links. Ach, der da muss rot. Der muss rot. Einfach draufhauen. Und jetzt, genau. Und jetzt da oben rechts, so. Den blau, den da auch noch. Genau, der muss auch noch blau. Der muss noch blau. Nicht der. Ja. So. Warte. Und jetzt hast du es. Ja, endlich. Wow. Ey, wir haben es auch mal hingekriegt. So, wo ist es? Da ist die Tür aufgegangen. Okay, das heißt, ich muss das Wasser hier wieder... Du musst erst mal von der Plattform runter, wo du bist. Wieso? Ich kann doch da runterspringen. Ach du, man kann ja springen. Viel zu einfach. Ja, komm. Jetzt triffst du dich selber. Hilfe! Okay, doch nicht. Das wäre es jetzt echt gewesen. So, egal. Nein, ich habe mich nicht selber getroffen. Ich bin schlau. So. Wo muss ich jetzt hin? Du hast einen schlechten Humor. Wo muss ich hin? Muss ich da hoch? Du musst da erst mal wieder... Du musst doch durch die Treppen, oder? Nee, das ist doch irgendwo hier. Das ist doch irgendwo geöffnet. Irgendwo war das hier. Keine Ahnung. Oh Gott, jetzt muss ich den Weg suchen, wo sich hier der neue Weg geöffnet hat. Da! Ja, wusste ich nicht. Ich wollte dich nur testen. Ey, ich wusste das auch. Ich wollte nur unsere Abonnenten ein bisschen auf die Spannung stellen. So. Muss ja ein bisschen spannend sein, ne? Gib ihm. Nein, warte, warte, warte. Ich gebe es ihm so auf. Bäm. Voll unfair, ey. So ein kleines Vieh auf so einem Gelände. Oh, eine Schatzgäste. Das klärt uns doch keine Chance. Siehst du, ich dachte, wir fehlen die Schatzgäste noch ohne den komischen Geiz-Hals da. Ja, aber das sind 100. Oh, ich darf wieder aufs Rollen. Oh, das wird lustig. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich glaube, dass das lustig wird. Verdammt! Hau die Wand kaputt. Ich bin da drauf. Ja, und der ist noch heilig, genau. Aber vorhin ist der Stein... Oh, wie... Ey, ich wusste nicht, dass man das machen muss. Ich hatte so eine Eingebung. Weibliche Intuition. Genau. So, jetzt muss ich es da runterrollen? Ja. Boah, ich bin so schlau, ne? Halt, erst hole ich mir das. Du wirst einen kleinen Schlüssel erhalten. Damit lassen sich verflossene Türen öffnen. Berühre eine Tür, um sie zu öffnen. Aber du kannst sie nur einmal benutzen. Ja, ich lese das immer vor. Ich lese immer alles vor, was hier steht. Ich hatte noch dieses schöne Mal. Welche Stürme da? Du musst warten, fast die Fehlwiderrede. Ach so, genau. Bis die Jagen. Ich muss mir ein bisschen was holen. Oh, Krabbelmin. Was sind das für Teile? Ich zeig sie dir. Pass auf. Krabbelmin. Das sind die sehen aus wie Mäuschen. Und die kannst du dann irgendwo so hier rumschicken, weißt du? Und dann, 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 wir gehen die los und dann, dann, puff. Äh, so realistisch. So, zack, gepufft. Müssen wir wieder hochgehen? Rechts, 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 geh mal rechts, da war es noch nicht. Vielleicht ist da was. Ach so, rechts. Oh, die Krabbelmin. Aha, da ist doch irgendwas. Aber wir kommen wieder dran. Nein, geh mal, geh mal weiter. Ich komme da ja wieder hoch, so. Ach so, die füllen mit den kleinen Schlüssel. Ja, ich verstehe. Tamiami. Guck, er guckt die Tür an und der Schlüssel schließt die Tür auf. Er hat doch einen schönen Arsch, oder? Ja, klar. Wie geht's? Oh, Link. Genau, ich stehe auf Pixel. Ach, schon wieder. Ich stehe voll auf Pixel. Pixel. Hallo, wir sind Gamer. Gay, wer? Ja. Warte, wie komme ich denn da jetzt hoch? Wenn ich mal so frage... Ach so, ich muss selber mitspringen. Ich bin... Oh, ja, ich bin schlau. Lasst mich. Überlass das Denken, liebe anderen Menschen. Ja, ich habe gerade nach einer Treppe gesucht. Gott. Was bringt mir das jetzt hier? Frau, sich den Stein von allen Dingen in die nächste Katastrophe schiebe. Du hast den Stein da oben und dann voll blockiert er den Weg. Ich sehe es kommen. Ja, wie sowas passiert jetzt. Hui. Okay, ich schätze, ich gucke jetzt mal eben, wo ich diesen rollen muss. Ah, okay, dahin. Okay, und dann kommen wir wahrscheinlich an diese mysteriöse Schatzkiste. Rolling Stone. Wo bestimmt irgendwas ganz tolles drin ist. Zack. Wer hat denn Plötzerstein da, ne? Aha. So, du hast alle Truen gefunden, ne? Natürlich. Oh mein Gott! Nein! Das bedeutet, der Ambruchkampf kommt. Du musstest da sogar hin. Oh Gott. Jetzt muss ich den nur durch die Gegend tragen. Ach, man muss den... Ich habe bei den LPsen geguckt. Ach, jetzt darf ich den bestimmt da drauflegen, erstmal, ne? Ach, komm. Wieso geht das nicht? Ja, ich kann den Hammer doch... Ich kann doch kein Ding jetzt benutzen. Jetzt leg das Teil doch da ab, Gott verdammt. So. Mein Gott, stell dich nicht so... Du... Ich dachte, ich hätte schon erwähnt. Ich auch. Okay, warte, warte. Wir stellen es jetzt hier hin und dann... Jetzt leg das Ding doch ab, du Idiot! Willst du mich verarschen? Ja, zwei Stunden später. Der will nicht. Ich krieg das hin. Da stand noch leider, was man macht. Das ist alles geplant. Ja, du musst irgendwo hin tippen, um den abzulegen. Aber irgendwie tippe ich an die ganze Zeit dahin und dann will ich ihn nicht ablegen. Mit Rechtsklick vielleicht oder so. Nein. Vielleicht auch den Schlüsselklick. Ja, wow. Wir fielen doch einfach da drauf, Junge. Willst du mich verarschen? Warte, warte, warte. Ich kann das, ich kann das. Ich schaff das. Ich schaff das. Damit verzögert sich der LP bei nur noch um fünf Stunden. Ey, der Plan ist nicht zu Ende. Gott. Wir schaffen das, na. Oh Mann. Du willst mich doch verarschen. Ich spring gleich ohne den Schlüssel. Ist mir doch egal, ey. Jetzt leg diesen Gottverdammten Schlüssel dahin. Ja. Oh, der ist noch nie da drauf. Das geht doch nicht. Ich hau ihn kaputt. Okay, nein. Jetzt, jetzt funktioniert es nicht. Ich leg ihn noch ab. Oh, willst du mich verarschen? Der will mich echt verarschen. Der will mich verdammt nochmal verarschen. Ey, ich mach den Park gleich zu Ende, dann nehmen wir erst wieder auf, wenn ich es geschafft habe, diesen Schlüssel da drauf zu legen. Okay. Okay, Leute, also, ähm, ja, ich versuch das hier noch ein bisschen, ne? Scheiße. Ja, ja, da legst du ihn hin, ne? Ist klar. Okay, jetzt versuch mal, da geht er dir. Okay, wir beenden den Part an dieser Stelle und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn ich es geschafft habe, den Schlüssel auf dieses Feld da zu legen. Bis dann. Ciao.